Hallo, hier ist wieder Denise vom Casino plus Bonus.com. Heute bin ich im Konung Casino. Ein Wort, das man sich gut merken kann oder mehr oder weniger gut merken kann. Ich finde, es ist ein tolles Casino und es gibt relativ wenig Einschränkungen hier. Und es gibt tolle Bonusangebote. Fangen wir an mit dem Bonus. Also, hier haben wir gleich mal das erste 10 Euro einzahlt und man spielt mit 50. Dafür lohnt es sich schon mal die 10 Euro einzuzahlen. Wie das funktioniert, habe ich auf der Webseite wieder genau beschrieben. Der Link dazu am Ende vom Video. Oder Sie wollen lieber per Bitcoin einzahlen. Toll, weil es hier auch die Auszahlung wieder über Bitcoin geht. Und das kann sich natürlich auch gut rentieren, so ein Gewinn. Also, wie gesagt, es ist so, dass es hier tolle Spielautomaten gibt. Wir fangen mal an, wie immer, mit den Vorstellungen oder der Vorstellung des Casinos allgemein. Und hier sieht man schon die Anbieter, die hier zur Verfügung stehen. Meine Lieblingsanbieter sind so insofern dabei, dass es Ictrasil gibt, Microgaming gibt, NetEnt. Mir würde jetzt hier mal noch Red Tiger fehlen, wobei man natürlich immer mal schauen muss. Denn Red Tiger ist ja von NetEnt gekauft worden oder hängt zusammen. Und wenn ich es aber durchschaue, ich sehe meine Red Tiger Spiele erst mal so nicht. Also, gut, wir reichen die Spiele, die hier da sind, auf jeden Fall. Und mit Ictrasil, wie gesagt, mit NetEnt und mit Microgaming kann man sich reichlich gut vergnügen. Und natürlich auch, wie immer, gut gewinnen bei der Auswahl des richtigen Spielautomates. Natürlich, das gehört auf jeden Fall dazu. Und jetzt kommen wir gleich mal zu dem Punkt der Auswahl des richtigen Spielautomates. Wenn ich jetzt die Ariana noch nicht kenne, dann sollte ich sie erst mal mit Punkten spielen. Also ein Probespiel machen, damit ich ein Gefühl für so ein Spielautomat bekomme. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Denn es gibt inzwischen sehr viele Casinos mit einer deutschen Zulassung, die aber dann keine Spiele mehr, also Probespiele oder Gratisspiele oder wie auch immer vergeben. Oder dass man das im Demo-Modus spielen kann zum Spielerschutz. Wo da der Spielerschutz sein soll, das ist für mich fraglich. Und dass man dann nur noch einen Euro, nur noch bis zu einen Euro setzen kann, wie man damit bei relativ großen Spielautomaten mit wahnsinnig vielen Gewinnlinien überhaupt gewinnen soll, ist mir das nächste Rätsel. Aber wie gesagt, hier ist das nicht so, wenn sie mit Bonusspielen haben, sie eine Einschränkung beim Einsetzen. Und zwar gibt es da eben nur bis zu 5 Euro, aber das ist natürlich eine tolle Sache im Gegensatz, wo ich nur einen Euro setzen kann. Und ich habe auch nicht ganz so viele Einschränkungen. Und Bonusspiel und Spielautomaten, es gibt Hersteller, die keine Spielautomaten für ein Bonusspiel zur Verfügung stellen. Und die habe ich auch wieder aufgelistet, beziehungsweise findet man die hier auch in den Geschäftsbedingungen. Und Bonusbedingungen, die sollten Sie sich natürlich immer durchlesen. So, also weiter geht's. Alle Spielautomaten hier sortierbar und auch zu laden, immer wieder drauf drücken. Und schon kann man hier per Glück hier entsprechend sich hier was aussuchen. Also zum großen Glück hätte jetzt natürlich jetzt noch gefehlt, dass man auch entsprechend noch den Anbieter mit drauf schreibt. Aber ich kann ja noch Anbieter auswählen. So, hier zum Beispiel sieht man bei den Tischspielen kann man nur mit Cash spielen. Gibt es also kein Punktspiel, braucht man auch nicht unmittelbar. Aber es gibt sie noch, das ist doch die gute Nachricht. Es gibt noch Spielautomaten, Tischspiele für die Spieler und das Casinofeeling gibt es hier noch Tischspiele. Und es gibt noch Jackpot-Spiele. Also die drei Knackpunkte des Spielerschutzes haben wir hier geschickt um Gang. Wir haben keine Merkurspiele und wir haben keine dementsprechenden Einschränkungen. Und also kann man sich noch auf die 6 Millionen zur Zeit von den Megamola-Checkbots stürzen oder die vielen anderen Bonus- oder Checkbot-Angebote, die es hier gibt. Mag es der tägliche Checkbot-Zeit oder eben die ganz normalen Net-End und Micro-Gaming-Checkbotspiele, sollte man immer mal ein paar mit ausprobieren. Denn das Glück könnte ja genau in dem Moment an die eigene Tür klopfen. So, also, es gibt noch ein paar virtuelle Sportwetten im Angebot zum Anklicken, aber es gibt keine Spiele drin. Aber gut, für mich ist es jetzt so, dass ich das nicht unbedingt brauche. Wie gesagt, Tischspiele sind für mich toll und dass es auch noch Checkbot-Spiele gibt, dass es keine Einsatzbeschränkungen gibt. Und die Anbieter reichen mir vollkommen aus. So, und jetzt gehen wir mal an den Punkt, der etwas schwieriger ist. Also, es gibt ja Ecopays zum Einzahlen. Und es ist so, dass Cash-to-Code auch möglich ist. Ich weiß nicht, inwieweit das schon mal jemand probiert hat. Es ist sicher eine gute Möglichkeit, um komplett weit weg von Konto und so weiter zu arbeiten oder zu spielen. Man geht zur Tanke oder zu den Cash-to-Code-Anbieter und legt seinen Kompon vor, den man sich hier erstellen kann. Zahlt ein, hat das Geld sofort drauf. Und dadurch, dass man dann nicht wieder auszahlen kann mit Cash-to-Code, muss man es dann auf die Auszahlung gehen. Und die Auszahlung, das wäre dann eben hier die Auszahlung mit Skrill oder NetTeller. Das bräuchte man dann trotzdem noch, wenn man jetzt mit dem Cash-to-Code einzahlt. Aber wie gesagt, ich finde, bis auf die zu wenigen Einzahlmethoden, finde ich das Casino toll. Ich werde es mal ausprobieren mit dem Cash-to-Code, wie das funktioniert. Aber ich kann dann natürlich auch mehr darüber sagen, wie es mit der Auszahlung dann ist. Also, für jeden Bonus-Fan gibt es hier genug Bonus-Angebote. Und zwar sind das für die ersten drei Einzahlungen die höchsten. Dann geht es aber weiter mit Montags- und Freitagsbonus mit jeweils 50%. Damit kann man auf jeden Fall gut leben. Und die Bonus-Kondition, die kann man sich hier immer schnell nochmal anschauen oder mal kurz auf der Webseite bei uns nachlesen. Und schon kann es hier losgehen mit den Spielvergnügen. Also, wie gesagt, für Bitcoin-Fans ist es das ideale Casino für alle, die wenig Einschränkungen wollen. Und einfach nur mal spielen und vielleicht auf ein Check-Bot zurückgreifen und einen von diesen großen Check-Bot-Spielen gewinnen wollen. Für die ist das Konon-Casino auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Und vielleicht wird es sogar das Lieblings-Casino. Dazu gibt es dann auch einen VIP-Bereich. Und wenn man dann einmal dabei ist und das Casino gut besucht und sich damit zufrieden erklärt und sagt, das ist es meins, dann wird man auch in das Glück kommen, diese entsprechenden Level dann zu erreichen. Und nochmal mit extra Freispielen bombardiert werden und kann dann das Casino-Gefühl hier komplett genießen. Also, viel Spaß im Konon-Casino wünscht auf jeden Fall Ihre Denise. Und dadurch, dass wir am Anfang des Jahres sind, natürlich ein super tolles 2021. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. prey manager. Untertitelung des ZDF, 2020